Dann den hochmachen. Dann den hochmachen. Dann den hochmachen. Nein, nein, das ist schon ernst gemeint. Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. So würden wir nämlich auch einen kriegen. Ich wette, wir brauchen auch alle fünf Steine. Also, dass wir die brauchen, ist schon irgendwie logisch, aber. So, mal sehe ich jetzt die Gerät noch draufgehen bei diesem Rätsel. Liebe Freunde, die tatsächlich jetzt so krass drauf sind, das nicht überspulen. Ihr seid toll. Alle, die das überspulen, die sind scheiße. Ja, aber die hören das nicht. Ja. Also, schreibt in den Kommentaren bitte, ihr Wichser, ihr Dreckigen, ihr Huligen. Was ist, wenn wir den nach oben schießen? Das wäre auch voll cool. Das bringt zwar nichts, aber er hat das total in den Stil, oder? Nee, nicht so ganz. Ey, das muss irgendwie so sein, dass wir uns gegenseitig anschießen. Also, den mal nach da. Ja, theoretisch eigentlich schon, weil sonst macht's keinen Sinn. Dann müssen wir den nach da schießen, den nach hier schießen und den nach da schießen. Und dann? Verstehst? Ja, das ging ja theoretisch. Nee, 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 das war Blödsinn. Oh, drückst du aus. Ja, ja, ich weiß, aber dann kriegen wir auch nur diese Seite hier hin. Nein, nein, dann hättest du den wieder runterschießen müssen. Was nicht geht? Natürlich. Du hast ihn noch nicht rumschießen müssen. Du weißt nur nicht mehr, wie ich das jetzt gedacht habe. Du hast uns gerade mal eine Denkeweise rausgehauen. Das Erste war das. Und das Zweite war das. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich gemacht habe, was ich gedacht habe. Ja, da unten geschossen. Und jetzt? Ich könnte der noch da. Und jetzt konntest du den nach rechts schießen. Stimmt, das ginge. Aber ich weiß nicht mehr, was ich sonst noch vorhatte. Ich weiß nicht mehr, dass das alles jetzt ein bisschen schwammig ist. Ja, ich hatte eine Idee, aber die ist jetzt weg. Ey, voll kacke. Du hast es versaut. Aber ich hab jetzt auch keine Lust, mir das Video nochmal anzugucken. Um das rauszuschieben, was ich wollte. Ich auch nicht. Ah, warte, warte, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Guck mal so, ne? Schieß dir mal nach links, den da. Hier, nein, 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 nicht den. Hier, wo ich stehe. Den, wo ich stehe. Schieß dir mal nach links. Das kann ich nicht. Ja, weg. Ja, weg. Geh mal hoch. So haben wir auf jeden Fall noch ein paar mehr zum Benutzen. Ja, aber es nützt uns überhaupt gar nichts, Junge. Weißt du nicht? Wenn ich den jetzt nach unten schieße. Dann bringt das null. Doch, nein. Hey, doch, 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 doch. Schieß dir nach rechts, schieß dir nach rechts. Und dann schießt du den nach unten? Ja, genau. Genau. Mein Freund, du hast es gut. So, gehen wir nach links noch? Äh, runter. Okay. Ähm, okay, nach oben. Hm, wie wäre das? Wollen wir uns mal umentscheiden? Okay, warte, 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 dann gehen wir doch erst nach unten. Pff. Ja, warte, das glaube ich, das ist nicht schwer. Der wirft das jetzt. Ups, das war dumm. Ja. Der muss den Unwanderer wegwerfen. Ja, der muss alle wegwerfen. Obwohl die... Ja, wir brauchen bestimmt die Änderhaken. Glaube ich schon. So, jetzt muss der... Egal. Deine Arme nach oben, du Horstie. Ja, okay. Du Wichser! Du Stück Dreck! Ja, stimmt. Selbst was auch machen können. Schnell, 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 schnell! Aber egal, das dürfte ich hier wieder kriegen. Irgendwo bestimmt. Wie auch immer. Ja. Ey, wenigstens eine Kirche würde ich haben. Nicht mal die ist mir gegönnt. Nicht mal das Schwarz unter den Fingernägeln. Da. Scheiße. Ich aber eklig bin. Auf jeden Fall. So, ich glaube. Guck mal. Die werfen jetzt, ne? Und ich glaube... Stopp. Oh. So, warte, 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 warte. Ja, genau. Wir sagen, Mann, er wirft. Jetzt. Okay, warte. So, Moment. Ein noch. Ja, er macht. Komm, komm, komm. Jetzt. So, warte. Und jetzt. Und alle, die es eben nicht vorgespielt haben, die sind jetzt total cool. Oh, Entgegner. Mach safe, mach safe. Ihr seid die Besten. Jetzt machen wir ein Z-State. Okay, Digga. Wir müssen jetzt wieder fehlen. Wird Zeit. Als was willst du hier? Als was willst du reinkarniert werden? Deine Mutter stinkt. Ich habe den Rest nicht gelesen. Egal. Ja, das ist richtig so. Ey, ich habe die Zigarette nicht richtig ausgemacht. Das ist hier total viel... Ja, ich habe meine Zigarette eben gerade ausgemacht. Das finde ich aber super, dass du das auch gerade... Ah! Haha. Du Ekelhafter. Ich glaube, du kannst den Erstabtick... Ja, cool. Mach ich das jetzt alleine, oder was? Hast du denn diese Ausweichfähigkeit denn? Nein. Clown? Du bist eigentlich totaler Loser. Aber jetzt macht er noch andere Attacken, der Ekelhafter... Nein, ey, wie los? Der Mixer. Man kann nicht auch hier... Der widerliche. Nein, ich hatte mich auch noch gekillt. Du hast aber mehr Leben als ich. Also musst du jetzt den... Der Hit sein. Okay. Ja, toll. Danke. Ich will vielleicht auch noch mal... Hallo? Hallo, willst du vielleicht mich auch noch mal lassen? Ey, der ruft irgendwas. Seine Arzt. Ja, genau. Hol abgefuckte Fuckwixer dazu. Ah, du kannst dich doch zur Seite schieben. Guck mal. Denk dran. Habe ich auch so was? Natürlich. Ja, ich habe auch... Ich habe auch. Stimmt. Jetzt würdet ihr aber... Seine eigenen Kollegen... Jetzt Wirbelwind. Genau. Wieso verliert ihr eigentlich Bomben, wenn ihr Wirbelwind macht? Ja, wir sind selber in die Luft. Ja, guck mal. Hier holt ihr ein, holt ihr eine Warte. Ja, ich hole mir schon. Hat sich vielleicht wäre ich ja auch stärker. Oh, du, aber gleich wäre ich jetzt stärker. Oh, du, ich studiert. Achtung. Halt die fest. Pfff. Pfff. Borm, Borm. Ja, genau. Mach deine neue Leute, tote Idioten. Ich schreckt. Ja, und wir sind. Jetzt, wer da oben steht. Na, aus. Fuck. So, wir schwimmen die Bombe wegnimmt. Schell, schell, mach. Und... Na, du Arschloch, du! Warum ich die immer weghole? Nein, ich habe ihn vorher auch oft getroffen. Ja. Öfter als du. Nein. Oh, ekelhafter. Ich will, ich will, ich will beim Enter dabei sein. Das ist genau wie bei Sumi. Da habe ich mich am ganz am Ende noch so... ...ne Sekunde vor Schluss noch dazu... ...austuflich geschafft, super. Ey, du warst noch nicht mal eben auch bei dem... ...bei dem Endgegner. Ja, mhm. Egal, guck mal, wenn du die Zeit Glückwunsch... ...ich glaube, wir haben es. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft, oder was? Goofy! Tja, wir haben sie erwischt! Aber von Pete und Peachy keine Spur, du bist dran. Nein, Mann, ich bin Goofy. Du brauchst doch nicht... Ob das vielleicht das falsche Piratenschiff ist? Nein, wir, 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 wir... Achso, ja, okay, du spürst Goofy. Ich hoffe, dass die Piraten aus Pete und Peachy... ...ein Haifutter gemacht haben? Ich habe gerade Haihaufen gelesen. Hilfe! Ist denn da niemand, der uns helfen kann? Hm. Hey, das hat sich ja nach Pete angehört. Der eigentlich Carlo heißt. Pete. Ja, ja, Carlo, ich weiß. Achso, ich bin Max. Oh nein, sie wollten Pete und Peachy Andy? Sie wollen Wäsche. Krokodile verfüttern! Wie sonderlich. Äh, schrecklich. Wie amüsant. Stimmt. Oder noch nicht einmal Essenszeit ist. Äh, äh, nein, 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 nein. HILFT UNS! Ey, geil, geil, genial. Genial, genial, das war super. Ey, Max, komm doch mal und hilf mir. Äh, jo. Ey, Max, komm doch mal. Ja, 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 ja. Ja, ja, klar, gut, ja, voll, warum nicht? Dir bis dran. Na, du, achso, tja, das war aber der Toll-Angeltag, Max. Jo, Papi, das war okay, ne? War lustig, ne? Also, kann ich jetzt nichts gegen sagen, weißt du? Schon ganz interessant. Ist das jetzt echt vorbei, das Spiel? Hä? Ey, das sind glaube ich Credits. Ja, ich mach mich mal nichts mehr. Also, ähm, was sagst du zu dem Spiel jetzt so? Es laggt gerade auf jeden Fall. Ja, es laggt auf jeden Fall lustig, ja. Jetzt nicht mehr. Ne. Ich glaube, es ist... Da jetzt. Aber der Rest hat er ja. Okay, ähm, ja, okay. Also, wir sind immer noch bei den Credits. Ja? Los, sag, wie du gefällt hast. Wie du schon wieder schuld warst. Ähm, ich war schuld. Äh, also, wir haben das Spiel trotzdem geschafft, obwohl wir ja total behindert waren. Ich hab im Prinzip Vorteile genommen von seinem Leben. Ich, ähm... Und ich hab eigentlich wirklich jede Möglichkeit genutzt, um ihn abzufucken. Ähm, effektiv. Leider haben wir einen, äh, Offscreen-Upfuck-gehabtet. Den fand ich echt gut, oder? Ja. Er hat sich im Prinzip ja den ganzen Weg frei gekämpft und ich hab einfach nur gewartet. Und, äh, kurz vor Schluss hab ich ihn dann einfach noch mal den Weg versperrt. Das war lustig. Egal. War das kurz... Das war, glaube ich, kurz, bevor du mir das Kompliment gemacht hast. Kompliment gemacht hast. Mit dem Wort, du bist genauso ein Spasti wie ich. Ja. Der, der, der Jester hier. Der war es nämlich. Ja, auf jeden Fall cooles Spiel. Ja, doch. Ähm, interessant auf jeden Fall. Und vor allem wirklich Rap. Okay, ähm, zu zweit muss man dieses Spiel spielen. Und man darf das nicht zu ernst nehmen. Na, hier, das war die Stelle übrigens. Er hat mich komplett bis nach da oben laufen lassen. Ja, genau, genau, genau. Und dann hab ich, ich hab mich oben rechts hingestellt. Und dann, als er da oben links war, hab ich einfach das Ding davor gekickt. Ja, echt mal. Dreckiger. Ach, schade, dass wir das nicht aufgenommen haben. Das war echt schön. Fand ich jetzt gar nicht so lustig. Nee, ich fand das so lustig. Ja. Okay, äh, sorry, dass wir das Spiel nicht ernst genommen haben. Und einfach uns, äh, gegenseitig mehr genervt haben als alles andere. Aber ich glaub, das ist auch genau das, was die Leute lieber sehen als, ähm, dieses Spiel. Ach, hör mal. Ohne jetzt Wir haben auch wirklich hier keine Scheiße gefögelt, genau Grüne Lymphomotor, was wollte ich jetzt sagen Dass wir jetzt hier nicht euch verarschen wollten, also wir haben hier nicht irgendwelche Safestates benutzt, nur um besser zu sein Sondern wir haben nur Safestates benutzt, falls uns der Scheiß wieder abkackt, keine Ahnung warum die LP ab und zu also immerhin zweimal abgekackt ist Für die kurzen Platz Ja, aber wir haben ja trotzdem alles drauf. Ja, Captain Carlo Da ist da Carlo auf einmal, Piet Der war jetzt also gegen die beiden mit den Knochen war der wirklich ein Kindergarten-Kram Insulana Heißt auf Deutsch übrigens Engländer Äh, die weiblichen Insulana heißen übrigens Insulin Ja Ich hoffe, du hast auch nochmal einen so richtig dämlichen Spruch zum Ende Ach nö, da gehen noch mehr Insulina Keine Ahnung, Max und Gufi Oh, das sind wir Ach so heißen die Ja, ich hab' ich schon gefragt Ja, Hunshausen, Gufi ist Gufi, äh, Piet ist, ähm Carlo und ähm J ist KJ ist KJ ist, äh, hier ist genau so J was? Carlo Junior Genau, Carlo Junior Der ist hier aber PJ, genau, PJ Ja Aber in Deutsch heißt er KJ KJ KJ, 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 KJ Ach leck mich Mann, ich bin 24, ich hab das vor 10 Jahren gesehen Ist klar, vor 14, wieviel, war was? Vor 10 Jahren? Ja In den Minuten hast du wahrscheinlich die letzte Folge gesehen Ich zieh mir jetzt einfach alles rein auf, äh, Kino, äh, nee, das darf ich jetzt hier nicht sagen Äh, Theo Äh, äh, KJ meine ich Äh, ist auch Wurst Auch Wurst, Wurst Ja Ja, auf jeden Fall cool, dass du mich gefragt hast, beziehungsweise dass ich dich gefragt habe und du nicht gesagt hast, komm, hau ab Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wer das ist, sag mal jetzt mal ernsthaft, mit wem spiel ich hier überhaupt Ich brauchst nicht kennen Weißt du, ich bin eigentlich jemand von den Leuten, die einfach nur auf einer Hochzeit erscheinen, auch wenn sie die Protagonisten oder die, das Brautpaar gar nicht kennen Aber da krieg ich was umsonst Ja, ne, ich bin auch immer so der Typ, der auf einer Hochzeit erscheint Und, äh, die, die Frau will dann plötzlich mich heiraten Das ist immer total unangenehm, irgendwie Wenn es dann halt die Frau nicht ist, dann wenigstens der Mann, oder? Ja, der Mann will mit mir meistens ein Bier trinken, dann Gesamte Spielzeit, eine Stunde, 35 Minuten, 49 Sekunden! Baaaaaah, Stuhleweißheit Ah, mh, nee, das war ich nicht Aber ich weiß gar nicht, warum wir noch weiterreden, das hört sich hier eh keine Sorgen mehr an Pff, ist mir doch egal, ist doch unser LP Oder? Ja, auf jeden Fall, wir haben es schon mal klar gemacht, wir werden auf jeden Fall nochmal was zusammenzocken Was ist wir noch nicht, aber machen wir auf jeden Fall und dann Ähm, lasst uns doch, ähm, 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 wie heißt das, ähm Ach ja, genau, hab ich vergessen, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht Zelda A3 zu zweizocken Wie geht denn das? Nee, es geht nicht Ja, gut, okay Okay, Leute, ich sag mal Tschüss von meiner Seite aus Jo, und ich auch Also, bis dann, Leute, ähm Ciao